Hi, hi, Pol, mein Name, das Verliebtes von Wunschchen habe ich euch dazwischen geschummelt. Wünscht euch mal den Polmann, ich finde es viele tolle Titel von ihm und im Moment ist er doch auch korrekt angesagt. Silbermund zum Beispiel, da möchte ich von ihm mit der Senderin, der Statt bei mir von Silbermund, hier steht er auch total toll. Polmann heißt er, Pol, mein Mittagel geschrieben, zwei N hinten, also gut merken, schönen guten Abend, schreibt uns der Thorsten. Ich sitze hier gerade am Schreibtisch und bereite den Unterricht vor. Seit ich Referendar bin, weiß ich eigentlich vom Blumenfeld erst richtig zu schätzen und würde mich riesig freuen, das mal wieder zu hören. Deshalb wünsche ich mir jetzt vom Blumenfeld frei sein und ich grüße damit alle anderen Referendare, die jetzt auch noch was für die Schule tun und alle meine Schüler, die jetzt gerade auf Radio hören. Sehr furchtbar, wie klein sind die denn? Lieber Gruß, der Thorsten aus Frankfurt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.